Kontaktlinsen auf- und abzusetzen wird mit ein wenig Übung immer einfacher. Was am Anfang schwierig erscheint, wird bald zur täglichen Routine. Wir sind hier, um Sie durch die ersten Tage zu begleiten und um Ihnen zu helfen, schnell mit Ihren Kontaktlinsen zurechtzukommen. Zunächst stellen Sie Ihre Kontaktlinsen, antibakterielle Seife, einen gut beleuchteten Spiegel und ein fusselfreies Handtuch bereit. Waschen Sie Ihre Hände mit antibakterieller Seife und trocknen Sie sie sorgfältig mit einem sauberen, fusselfreien Handtuch ab. Es empfiehlt sich immer mit dem gleichen Auge zu beginnen. Nehmen Sie die rechte Linse aus der Blisterpackung. Nutzen Sie Ihren rechten Zeigefinger für die rechte und Ihren linken Zeigefinger für die linke Linse. Legen Sie die Linse auf die Fingerspitze. Stellen Sie sicher, dass die Linse nicht umgestülpt ist. Sie sollte die Form einer Schüssel haben. Bevor Sie fortfahren, trocknen Sie die Finger Ihrer anderen Hand gut ab. Mit nassen Fingern rutschen Sie leichter ab. Heben Sie nun Ihr Kinn leicht an, sodass Sie nach unten in den Spiegel schauen. Mit dem linken Zeigefinger ziehen Sie Ihr rechtes Oberlied am Wimpernansatz in der Mitte des Lids fest nach oben. Mit dem rechten Mittelfinger ziehen Sie Ihr Unterlied am Wimpernansatz in der Mitte des Lids fest nach unten. Halten Sie beide Augen offen und schauen Sie geradeaus in den Spiegel. Bewegen Sie Ihren Zeigefinger mit der Linse langsam auf die Iris zu. Halten Sie dabei Ihre Lider fest. Sollte sich die Linse um die Fingerspitze stülpen, bringen Sie sie wieder in Position und beginnen Sie von vorne. Wenn Sie die Linse am Auge spüren, ziehen Sie den Zeigefinger langsam weg. Halten Sie die Lider dabei weiter fest. Schauen Sie nach oben, nach rechts und nach links, um eventuelle Luftbläschen zu eliminieren. Schauen Sie nach unten und lassen Sie dabei das Unterlied los. Schauen Sie geradeaus und lassen Sie dabei das Oberlied los. Lassen Sie die Lider nicht zu schnell los, da sonst die Linse herausgedrückt werden könnte. Linseln Sie einige Male, um die Linse in die richtige Position zu bringen. Wiederholen Sie diese Schritte mit dem linken Auge. Fertig! Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kontaktlinsenspezialisten.